Pavone. Wir sind der Experte in der softwarebasierten Optimierung von Geschäftsprozessen. Aus unserer Produktfamilie Pavone Process Control Suite präsentieren wir Ihnen heute Pavone Espresso Workflow für Java.ii. Brechen Sie aus Ihrer bekannten Welt aus und erleben Sie mit Pavone Espresso Workflow eine innovative Business Process Management Plattform, die kollaborative Kommunikationsprozesse in organisationsübergreifenden Netzwerken unterstützt. Sie arbeitet plattformunabhängig und bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern somit mehr Flexibilität. Pavone Espresso Workflow kombiniert die Funktionen aus den Bereichen Workflow und Projektmanagement in einer Lösung. Sehen Sie nun, wie einfach sich Prozesse und Projekte mit Pavone Espresso Workflow integrieren lassen. Arno Rautmann arbeitet für die Ticona AG in einem Projektteam. Er befindet sich gerade im Ausland und möchte über einen dortigen Firmencomputer neue Aufgaben für das Projekt definieren, sowie neue Workflows einrichten. Herr Rautmann öffnet dazu den Browser des Computers und greift über das Internet auf Pavone Espresso Workflow zu. Im Programm wechselt er zum Projektmanagement, um dort einige Aufgaben anzulegen und zu pflegen. Nachdem er die Aufgaben erfolgreich angelegt hat, wechselt er zur Ansicht der Workflows. Dort definiert er einen Workflow entsprechend der angelegten Aufgaben. Wie Sie sehen, ist die Steuerung sehr intuitiv und leicht handhabbar. Durch das einfache Arbeiten über das Internet können Sie über Pavone Espresso Workflow mit Ihren Kunden und Mitarbeitern von der ganzen Welt aus interagieren. Koordinieren Sie Projekt- und Workflow-Management-Aufgaben auf einer Ebene. Nutzen Sie die Unabhängigkeit von Pavone Espresso Workflow in unterschiedlichen Systemumgebungen, in Kooperation mit Ihren Geschäftspartnern. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie unseren Download-Bereich oder testen Sie unsere Software live in unserem Solution Center unter www.pavone.de. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und fordern Sie uns!